Ja, und los? Oder ja, hallo und herzlich willkommen hier in Steinberg. Wir sind hier der kleinste Wüstenberg-Stützpunkt aller Wüstenberg-Werkstätten. Mein Name ist Asmus Hansen. Ich bin 27 Jahre alt. Ich habe bei Wüstenberg angefangen im April 2018 und im Mai 2018 haben wir hier in Steinberg voll durchgestartet. Ich habe im März 2018 meine Meisterprüfung bestanden und bin somit jetzt dann hier Werkstattleiter bzw. Werkstattmeister in Steinberg. Ich muss jetzt einmal nachzählen. 11, 12, 13, 14. Genau, ja. Also gestartet mit der Ausbildung bin ich 2011 und habe dann 2014 ausgelernt und habe dann in einem Lohnbetrieb gearbeitet, vier Jahre lang in der Werkstatt. Ich habe natürlich auch mal gefahren, das macht natürlich auch sehr viel Spaß, aber als solches habe ich mich eben da auch schon um Reparatur und Instandhaltung gekümmert. Das Thema Landmaschinen, das ist schon von Kindheitstagen, also von Kind auf an, habe ich mit Landtechnik zu tun gehabt. Wir haben einen Milchviehbetrieb zu Hause gehabt und da bin ich also immer schon mit dabei gewesen. Wir hatten damals auch einen Mitarbeiter zu Hause, der für die Reparatur und Instandhaltung der Maschinen angestellt war und mit dem bin ich dann in meinen Schulferien immer mit gewesen. Und wenn er geschweißt hat und das blaue Licht funkte, das hat mich schon immer begeistert und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann Landmaschinenmechaniker zu werden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!